Ey Dende, weißt du, was mir aufgefallen ist? Du stehst total rechts. Du stehst rechts. Du stehst dann noch weiter rechts als ich. Ich steh in der Mitte. States right oder States left? Ich steh in der Mitte. Du stehst rechts. Okay, lass uns das Beste draus machen. Dendemann und die freie Rechtsradikale. Ja, 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 der Dendemann. Den Schritt noch immer tief, daher der Entengang. Mit einem Bein so nah an der Rente dran, als ob sein Blabla daran was ändern kann. Woran? Frag diesen Trieb nicht woran. Uh, dann wird haarig wie das Flusensieb vom Orang. Uh, dann baue ich Typo zu ner Punchline. Links, zwei, drei, boom, Büro so wie am Stein. Was? Du willst wissen, was rechts ist? Ich sag dir, was rechts ist. Das ist ein schlechtes Gedächtnis. Ja, ja, schau dir diese braune Scheiße an. Wallergebnisse wie aus den Dreißigern. Rechts ist nicht das Gegenteil von links. Aber rechts sind die hässlichen Reden, die du schwingst. Außer hohen Parolen jedenfalls nichts bringst. Und außer Idioten in der Regel nichts gewinnst. Rechts ist keine Alternative. Doch nicht im barmherzigen Schaltjahr der Liebe. Wir befeuern nie mehr erkaltende Kriege. Also ist rechts wohl keine Alternative. Rechts ist so 2016. Was erwartet ihr von mir im Mic aus und wegsehen? Statt Klimawandel und Treibhauseffekt steht auf der To-Do-Liste den Scheiß aus dem Greck ziehen. Rechts ist die leichtere Schulter. Der Teufel sitzt im Detail, vielleicht auch da drunter. Rechts ist das, was ihr patriotisch nennt. Und rechts ist alles andere kategorisch fremd. Rechts ist kein Statement. Rechts ist kein Widerstand. Rechts ist der Landesverrat und der Niedergang. Also bitte vergesst nicht, was rechts ist. Wie gesagt, rechts hat ein schlechtes Gedächtnis. Also wird hier verbal auf links gekrempelt. Wenn ich echt n Ärger wollte, hätt ich Prince gesampelt. Heeeh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020